El-Hutapot-Lipkny ist eine Gemeinde mit 955 Einwohnern im Okres Radekralovej, Tschechien. Lage Sie liegt elf Kilometer südwestlich von Radekralovej in 239 Meter Ü.M. Das Dorf befindet sich an der Bahnstrecke Radekralovej-Klamekna-Zitleinau und besitzt einen Haltepunkt. Geschichte Das Straßendorf ist wahrscheinlich eine Gründung des Benediktinerklosters Opatowitz während der Kolonisation Böhmens. Bis zur Zerstörung des Klosters durch die Hossiden im Jahre 1421 gehörte es zum klösterlichen Besitz, den sich die Visborek Z. Meiltinka aneignete. Von dessen Sohn erwarb es 1464 Herzog Heinrich I. von Münsterberg. Nächste Besitzer waren ab 1491 die Pernsteiner und 1560 die Habsburger, die das Dorf 1589 an die Herrschaft Liebkny veräußerten. 1774 eröffnete im Dorf eine zweiklassige Privatschule, die 1870 durch die Dorfschule ersetzt wurde und 1906 in ein neues Schulgebäude umzog. 1908 wurde die Kirche erbaut und 1911 erhielt der Ort elektrischen Strom. Im Ort befindet sich ein achteckiger Schrotholzspeicher aus dem Jahre 1775. Persönlichkeiten Matejko Peckig Puppenspieler Die Brüder Franteschek und Watzlaw Wewaker vollendeten 1827 den von ihnen konstruierten steilwendenden Sturzpflug in der örtlichen Schmiede in seine endgültige Form. Ortsgliederung Zur Gemeinde Elhutapot-Lipkny gehört der südlich am Bach Hubeneckersortnis gelegene Ortsteil Hubeneis. Zur Gemeinde Elhutapot-Lipkny Zur Gemeinde Elhutapot-Lipkny Zur Gemeinde Elhutapot-Lipkny Zur Gemeinde Elhutapot-Lipkny